Ich habe gerade noch eine Flasche aufgemacht. Ihr wollt doch sicher zum Chinesen und nicht zum Italiener. Lass uns zum Chinesen gehen. Prost. Prost. Und bevor wir essen gehen, wollten wir euch noch was sagen. Also, möchtest du? Sag du sie. Also, Jürgen und ich, wir werden uns trennen. Wir haben es lange besprochen, das ist besser für uns beide. So wunschärf, oder? Wir sind uns einig. Gäbens mir biet schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Mnatzmagazin. Hass und Liebe. Stimmung und Drang. Angst und Lust. I love Tempo. Tempo.